leute 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 uli bayer spaltet die angelwelt könnte man meinen könnte man meinen wenn man sich die kommentare unter seinen letzten beiden videos anguckt aber was hat das ganze zur sache und ich kann euch kurz erklären leute ich kann nicht erklären uli bayer hat eine neue reihe gestartet auf seinem youtube kanal der heißt angeln am rhein auf zander hotspots von förde bis nach wesel ist das aktuelle video und davor war ich glaube irgendwo bei duisburg hotspots bei duisburg das sind auf jeden fall die beiden videos die jemand von ihm online sind und diesen beiden videos beschreibt uli bayer sehr genau was seine erfahrung nach die hotspots sind was man beachten muss ob man extra angel karten braucht für zb ein fahrten et cetera welche spots beim nachtangeln gut sind welche spots zum wobbeln jicken et cetera und so weiter beschreibt seine spots sehr 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 genau wie man dort erfolgreich sein kann und zeigt diese auch auf der karte ich hatte ein kleines deja vu erlebnis weil genau ungefähr das gleiche hatten wir letztens erst bei der fisch und fang hinter einer paywall wo aber niederländische spots gezeigt worden sind wobei das auch wieder ein bisschen anders war weil dort wurden ich sag mal man kann immer schlecht sagen die eigenen spots oder so spots gehören niemanden aber ich würde sagen die spots waren gefühlt nicht selbst erarbeitet und wurden sozusagen von den leuten der profiliga genommen und dort geleakt ich weiß nicht ob noch mehr davon gekommen ist ich weiß nur dass ein spot von johannes dietl gezeigt worden ist und dort spezifisch darauf eingegangen worden ist und der auch auf der karte gezeigt worden ist das hatte ich ein déjà vu erlebnis und wie man in der szene ist so kennt stößt man mit solchen detaillierten aussagen nicht immer auf freudige gemüter das sieht man das widerspiegelt sich auch in den kommentaren da sehr viel kritische meinungen in diesen videos auf einmal hochkommen natürlich ist es immer so der laute mob ist immer sehr sehr laut wenn es ums kritisieren geht wenn es ums meckern geht aber ich glaube hier gibt es einfach kein richtig oder falsch hier gibt es nur darum hey kann ich für mich es rechtfertigen meine spots preiszugeben mein wissen preiszugeben für neu angler für anfänger für leute die gerne mal den rhein befischen wollen und einfach mal nur zu besuch sind oder auch für feste angler die schon viele gute spots können aber vielleicht den noch nicht oder den noch nicht oder den noch nicht und hofft somit auch auf einen austausch in den kommentaren oder per instagram oder 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 viele kommentare sind aber auch eher so dann danach sieht es bei meinem spot total überfischt aus danach ist der spot total verdreckt ich habe keine fische mehr man steht die beim herings angeln nebeneinander und 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 also man kann ich kann beide seiten absolut verstehen es gibt in dem fall für mich kein richtig oder falsch das müsst ihr selbst entscheiden ich deswegen frage ich euch in den kommentaren was haltet ihr von der aktion von ulibaya und der für die community da draußen für den angler spots am rhein zeigt wo man gut angeln kann und er zeigt nicht nicht wenig spots er zeigt echt viele spots so dass man eigentlich auch schon meinen könnte okay die angler verteilen sich eigentlich ganz gut an dort einer fisch da einer fisch da einer fisch da einer fisch da und es könnte eigentlich gar nicht viel passieren aber ich glaube das sehen einige in den kommentaren nicht so ich habe mal einen kommentar von uli noch rausgepickt den würde ich gerne noch mal vorlesen hat jemand nämlich ein sehr ausführliches statement abgegeben wo schon bei stand ich habe schon beim ersten video vermutet dass stellen beschreibung nicht bei jedem jedem gut ankommen dennoch frage ich mich was ist eigentlich verwerflich daran die stellen zu zeigen und zu erklären die meisten stellen waren plätze die jeder erfahrene angler ansteuert der ein wenig kenntnis davon besitzt wo sich fische aufhalten können budenfelder kehrwasser spundwände wie in den kommentaren zu lesen gibt es wohl viele angler die gewässerkenntnisse besitzen da einige dieser hotspots eh schon überlaufen sind und das war schon vor der veröffentlichung des videos von uli der fall ab wann ist ein spot eigentlich überlaufen und wann nicht woran macht man das aus an laufspuren dass kein fisch mehr da ist ich kann es ich kann es nicht sagen ich kann es nicht sagen uli hat aber auch darunter kommentiert und das muss man uli auch zugute führen dass uli sich sehr gut mit positiver geäußerte kritik mit mit positiv geäußerte also nicht mit positiver kritik sondern mit positiv geäußerte kritik ähm auseinandersetzt und ähm auch in die diskussion mit der community geht ich habe zwar gehört dass ähm es wohl kommentare gelöscht werden soll oder sowas alles beweise habe ich dafür nicht bekommen und ich kann mich noch an ein video mit herrn ditters erinnern wo vorgeworfen wurde dass ich kommentare gelöscht habe dabei habe ich ein einzigen kommentar gelöscht ein einzigen und der war beleidigend respektlos et cetera so wie ich das immer sage wenn beleidigungen respektlosigkeit und sowas kommen lösche ich die kommentare einfach weg und ich lösche dann nicht sondern nicht der kommentar ist weg sondern ihr seid weg auf euren kommentar mit euren kommentaren und ihr habt keine stimme mehr ne ihr seid einfach stumm geschaltet äh für diesen kanal und niemand kann euch mehr lesen nur damit ihr bescheid wisst das ist häufig da nicht so dass irgendwas gelöscht ist wir können immer noch sehen was ihr schreibt aber ihr seid für die öffentlichkeit stumm geschalten und uli hat noch geschrieben nur mal kurz dazu also ich gehe nicht davon aus ich gehe erstmal ohne beweise gehe ich nicht davon aus dass irgendwas gelöscht worden ist uli antwortete vielen dank für dein ausführliches statement das sehr gut erläutert worauf es wirklich ankommt die wenigen nörgler hier haben es ja auch überhaupt nichts zum gelingen der community beigetragen sind teils sogar erst mit neu anmeldung auf youtube aktiv geworden ein prozent der zuschauer mag die getätigte erläuterung nicht insofern wie überall unter menschen allen kann man es nicht recht machen und gemeckert wird immer anhand sehr konkreter erläuterung lernen die interessierten zuschauer hier dazu auch das wollen diese meckerer natürlich nicht denn sie denken alles geheim und meins meine erfahrung zeigt die neuen zukommenden angler sind zu einem großen prozentsatz sehr gute leute die einfach weniger zeit für angelhobby investieren können allerdings gebildet und offen sind die viel erwähnten goldzahl kormoranen die gerne oh Leute die gerne angeführt werden die gerne angeführt werden nutzen andere medien wenn überhaupt witzigerweise schreiben ja auch die meisten der meckerer dass sie an den gezeigten stellen selbst wegen überfischung nicht mehr erfolgreich sind beziehungsweise anderswo angeln gehen damit disqualifizieren sie sich selbst und zeigen dass irgendwo in den statements erhebliche unwahrheiten stecken damit zeigt uli auf jeden fall noch mal genau wofür er das macht also für neu angler für interessierte für leute für einfach seine interessierte community und leute dies noch nicht wissen wie ich schon sagte den austausch zu wollen und so weiter und kritisiert dann auch noch mal so zu sagen die menschen die denken sports gönnen ihn fische gönnen ihn etc leute ich finde es wirklich interessant wie seht ihr das in den kommentaren leute wie seht ihr das in den kommentaren schreibt mir eure meinung uli beyer spaltet die angelwelt seid ihr pro sportleaks auch für die zukunft von größeren anglern aus der szene oder seite er kontra dieser dieser ganzen thematik und eins kann ich euch sagen diese thematik wenn wir wahrscheinlich niemals los wie xbox versus playstation android versus ios und pc oder konsole fällt grad nix weiter ein ihr wisst schon was ich meine in dem sinne leute schreibt es mir meine kommentare na falls ihr am wasser seid leute wünsche ich euch das dickste petri und das allerwichtigste ist bleibt gesund euer ic ciao und